Hallo, ich bin Nathalie, ich bin Praktikantin bei Das macht Schule. Ich kümmere mich vor allem um die Schulkoordination, das heißt ich habe telefonischen und E-Mail-Kontakt mit den Schulen und ermutige sie Projekte durchzuführen und begleite sie bei ihren Projekten. Und wenn es mal Probleme gibt, dann versuche ich sie zu unterstützen. Außerdem bin ich noch unter anderem dafür zuständig, dass die Website immer auf ihrem aktuellen Stand ist. Das heißt, ich lade zum Beispiel den aktuellen Newsletter hoch, aktuelle Pressemitteilungen, Presseberichte, gucke, dass die Projektberichte alle gut auf der Website stehen und ähnliche Sachen. Ja, meine Zeit hier bei Das macht Schule ist leider morgen schon zu Ende. Das ist ganz schade, weil es mir großen Spaß gemacht hat. Aber ich bin froh, dass ich das Praktikum hier durchführen konnte.